Hey, Laura, da bin ich. Du wolltest dich ja unbedingt treffen. Was ist denn los? Warum bist du denn so traurig? Willst du darüber reden? Erzähl es mir, komm. Was beschäftigt dich? Was ist passiert? Abi. Oh nein. Oh Mann. Hast du keine Chance nochmal, das irgendwie zu wiederholen? Bist du dir da ganz sicher? Aber lass den Kopf nicht hängen, ja? Ich habe da eine Idee, ja? Damit du wieder ein bisschen glücklicher bist, ja? Aber lass den Kopf bitte nicht hängen. Bitte guck nicht so traurig, ja? Okay. Habe ich dir jetzt hier einen frischen Tee gemacht. Das ist ein Tee mit Melissenmischung. Der wird dich ein bisschen aufpeppen und dann hast du schon ganz andere Gedanken, ja? Willst du den einmal probieren? Soll ich den einmal vorprobieren? Aber ich will dir den ja nicht wegtrinken. Soll ich den echt mal probieren? Ob du den schon trinken kannst? Okay. Okay. Das geht. Hier. Nimm. Okay. So. Atme mal tief ein und aus. Okay. Entspann dich mal. Komm mal ganz runter, ja? Ich habe noch ein... Ich habe noch eine Kleinigkeit für dich. Mach mal die Augen zu. Okay. Mach die Augen zu. Und hör mal nur hin. Mach mal ganz die Augen zu, ja? Okay. Okay, du kannst sie aufmachen. So. Das ist Winnie-Pooh. Das bin ich. Und das bist du. Das ist Ferkelchen. Und wir beide bleiben für immer Freunde. Versprochen, ja? Auf zu weinen, bitte. Ja. Bitte, hör auf zu weinen. Kannst du mir versprechen, aufhören zu weinen? Okay. Hör auf, warte ich. Warte mal. Ich tupfe sie dir weg, die Tränen. Ach Mann. Das tut mir so leid für dich. Aber ich glaube, wir finden da eine Lösung, ja? Aber du bist schon ein bisschen runtergekommen, oder? Okay. Das ist gut. Mach doch mal die Augen zu. Ja. Okay. Ich habe hier was ganz Spezielles für dich. Hör mal nur hin. Hör mal hin. Hör mal hin. Ich hoffe, du konntest auf jeden Fall ein bisschen entspannen. Das ist eine trockene Rose. Und die hält für immer. Genau wie unsere Freundschaft. Ganz verrückte Idee. Du weißt doch, dass ich seit drei Wochen ungefähr einen Kunstkurs mache. Und da habe ich gelernt, Menschen zu malen. Ja. Und deswegen male ich dich jetzt. Ja. Okay. Bleib mal in so einer Position. Bleib mal so. Bleib mal so. Okay. 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 Ich zeige dir später das Bild, aber bevor ich dir das zeige, möchte ich dir noch was geben. Mach noch ein letztes Mal die Augen zu, ja? Und entspann dich und denk nicht an den Stress, denk nicht an die Niederlagen. Denn wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue. Ich weiß, dieser Spruch ist ganz schön cringe, aber es ist wahr. Ich möchte dir meinen besten Freund schenken. Ja, mach dir Augen zu. Okay. Das ist Ghostface und ja. Der hat mir immer in schwierigen Zeiten geholfen und ich denke, es ist ganz gut, wenn du den vielleicht für die Zeit nimmst und damit alles besser. Einfach festzudrücken und gib ihn mir einfach wieder, wenn es dir besser geht, ja? Okay. Vielen Dank.